hallo willkommen zurück zu einer weiteren folge kingdom come deliverance so wir sind hier in rovna angekommen in diesem verbrannten dorf wir sollen jetzt hier diesen komischen händler ausmachen deswegen werde ich mich zu fuß hier diesen weg hier hochbegeben und vielleicht kriegen wir jetzt mehr raus wer hinter diesem ganzen diesen ganzen übeltaten steckt ich habe hier entschuldigt dass sie klaut was egal ich hatte irgendwo nämlich so eine markierung noch ich muss die wegmachen sonst stresst es mich das ist ein wagen alles klar hier tot 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 allmächtiger was für eine sauerei schlossgang okay wir untersuchen sieht sich an der kreuzung in der nähe von rovna um so wächter es ist nur ein hase ich dachte was kommt da jetzt angekrabbelt hier ist nichts weiter ist auch ein wächter wo ist der händler nichts mehr schwer knacken ist es zu schwer nein ist es nicht zu schwer das heißt wir können es schaffen wenn wir behutsam vorgehen nein 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 ja wie ein gott so hier die groschen nehmen wir händlers schwert nehmen wir natürlich auch das nehmen wir auch den rest brauchen wir eigentlich nicht sie hatten es wohl eilig sonst hätten sie etwas so wertvolles nie zurückgelassen okay wir müssen uns jetzt wie wir in wie weit umgucken ja ich würde eher tendieren es es zeigt doch alles dass das der richtige weg ist ich gehe aber erst mal hier lang was oh das ist der richtige weg wir sollen den blutspuren okay wir folgen den blutspuren okay hier sind blutige tapsen ich habe es gar nicht gesehen ehrlich gesagt okay hier wurde jemand verwundet scheint als hätte ihn jemand weggeschafft vielleicht finde ich spuren opsala okay war hier hoch okay jetzt dachte ich egal gut wir folgen den blutspuren detektiv heinrich ist am start hier holzkohle wir nehmen die heben die natürlich auf blutige fußtapsen ich bin auf dem richtigen weg hier lang okay da unten ist ein lager okay okay holzkohle haben wir gefunden und hier haben wir das lager sieht wie blut aus ach wirklich heinrich danke für diesen köhler irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben so kohlenmeiler immer diese köhler ne so wir quatschen mit dem beste grüße was hast du gesehen was ist an der kreuzung geschehen lüg mich nicht an nicht schwer zu erraten was passiert ist da haben wir minus eins warum ich bin hier um zu helfen wenn du nichts weißt ist alles schön und gut aber lüg mich nicht an ich weiß ihr habt jemanden her geschleppt also sagt mir was passiert ist ich weiß von nichts und hab auch nichts gesehen wenn du was wissen willst frag boris ich will nichts damit zu tun haben wer ist boris okay hier hinten lang also wird mir jetzt angezeigt oder was ja sprich mit boris das werden wir oh es tut mir leid ich weiß aber wir brauchen schließlich ach nee scheiße wir können nicht wildern hier weil die sehen uns richtig ok ich lass es ey wir brauchen eigentlich noch punkte zum jagen damit wir die einige festleute machen können man bo boris da gelbe kappe das kann nur der boris sein upsala entschuldigen pebbles du bist jetzt da wa feines mädchen gott sei mit dir servus was weißt du über den wagen der bei der kreuzung überfallen wurde kein schimmer wovon du redest soll ich dir das gesicht einschlagen ja ist das ein problem ja so denkst du ich hätte angst vor dir willst du wie viel geld willst du nein weißt du auf wem der wagen gehört also wir hier gewinnen wir auch schon mit 17 weißt du ist das im wagen in der wagen gehörte aber wieso haben wir da minus eins ich mach hier du bist wohl eher von der wieder borstigen sorte was kann sein pass auf du kraft meyer fang an zu reden wenn du nicht willst dass ich dir dein grinsen aus dem gesicht wische ja natürlich jeder weiß doch dass köhler langfinger und hals abschneider sind aber ich sag dir so war es nicht ich höre dich gerne an lass mich eins klarstellen wir haben niemanden überfallen was hattet ihr dann bei der kreuzung verloren wir kamen vorbei und sahen den wagen also nahmen wir die säcke mit nur die säcke was ist mit der blutspur die zum lager führt dazu wollte ich gerade kommen da war auch ein verwundeter was sag ich er war zerschnitzt wie ein märtyrer auf einem heiligen bild hat uns angefleht ihn zu verstecken also ist er hier bei euch lebt er noch der kerl hat einen starken überlebenswillen alles klar weißt du wer den wagen überfallen hat kein schimmer wir kamen später dazu hat er euch etwas erzählt er war nicht gerade redselig mit durchlöcherter lunge spricht sich schlecht aber er lebt noch okay wir haben ihn in den schuppen da gesperrt ich will mit ihm sprechen ich werde ihm nichts tun weiß nicht er hat gezahlt damit wir keinen zu ihm lassen das haben wir schon durchgekaut ja ja beruhige dich doch hier nimm den schlüssel vielen dank für diese kooperation gut okay in den schuppen hier äh andere tür okay wie sieht es denn mit unserem hunger aus hier jojo 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 dieses brot muss eh mal weg wow habe ich beides jetzt hier habe ich beides brot gegessen aus Versehen kann sein ne muss ja okay so okay die knacken wir nicht so so Boris mein Schatz schließen auch ordnungsgemäß die Tür wer bist du rede dann lass ich dich leben ich bin hier um dir zu helfen egal ich bin hier um dir zu helfen Gott sei Dank ich dachte ich beiße hier ins Gras und dann kommt mein Schutzengel geradewegs durch die Tür ich bin kein Engel daher musst du mir ein paar Fragen beantworten bevor ich dir helfe ich wüsste dass es nicht so leicht werden würde eine Hand fischt die andere mein Junge für wen arbeitest du? wem gehört der Wagen? Menhard er ist irgendein Händler und hat mich zum Schutz angeheuert mehr weiß ich nicht okay er war auch ein Wächter oder was? und wann ist dieser Menhard verschwunden? keine Ahnung bin bewusstlos gewesen und er ist hier wieder zu mir gekommen weiß nicht mal genau wo ich bin wer griff den Wagen an? ein Ritter ist uns schon ein Weilchen gefeucht nur einer? und wohin ging er? weiß nicht ich wurde verdroschen und ohnmächtig nur ein Ritter echt jetzt? weiß nicht drei Leute oder drei Wächter die da waren und ein Händler und er will mir sagen ein Ritter hat ihn platt gemacht ich mein okay wir sind ja auch wir sind einfach Always Ultra ja die haben alle keine Chance gegen uns aber ein Ritter weißt du was sie auf dem Wagen hatte? das hab ich Menhard nie gefragt okay so erzähl mir von deiner Wunde kannst du sehen? bist du ein Heiler? auch mal sehen du verlierst Blut und die Wunde ist tief die Blutung muss gestillt werden ich hab äh ich versuch's okay erzähl mir mehr über den Ritter oh 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 es geht los wo sind die Münzen? was? welche Münzen? ich werde mich nicht wiederholen ich weiß jetzt von irgendwelchen Münzen wo sind die Säckel die ihr vorhanden genommen habt? die Säckel? da hinterm Schuppen das ist ja das muss dieser Ritter sein alles klar was ist denn hier los ey den machen wir fertig haben wir sonst noch etwas mitgenommen? der hat eine fette Rüstung auf jeden Fall ein Schnurrbart wer ist er? wer ist er? oh Gott müssen wir jetzt reiten? bitte nicht okay jetzt gehts los hier oh nein wieso kommt hier jetzt so dramatische Musik? Kaffes Musik Hilfe nein der reitet weg Pebbles komm her oh nein nicht reiten weg hier aus dem Weg Jungen ja oh Pebbles bleib doch an jedem Baum hängen wie wärs denn? ja oh mein Gott der ist doch schneller weg als ich gucken kann hier durch die ganze Kacke hier wo ist er denn hinten? hab ich ihn aus der? da hoch oh mein Gott ich aber ich schätze es macht nicht solange er zum Sarsauer Wirtshaus zurückkehrt Sarsauer Wirtshaus hä? kennen wir den? äh ich nein man ich bleibe an jeder Scheiße hängen was ist denn das? Pebbles oh mein Gott okay Questlock ähm jetzt muss ich das oder was? äh fuck wenn gleich der Ritter entwischt ist so weiß ich doch wo er gastiert ich könnte den Sassauer Schenkel auf ihn wer war er denn? wer war er denn? woher woher haben wir denn ihn gesehen? woher kannten wir den? ich weiß es nicht mehr ja auf geht's äh nach Sassau würde ich sagen ja oh man es gibt's doch gar ja jetzt wenn ich auch mit Pebbles über an jedem kleinen Ast hängen bleibe das ist so unglaublich an wirklich jedem kleinen Ast hier sind ja auch keine richtigen Wege zum Gutreiten wie kam der da durch die Gebüsche ja? mit seinem Ross oieieiei gibt's das denn? ja reite wieder Wind Pebbles oh man ist das zu fassen Leute eh müssen wir eh hier rüber ich guck mal kurz auf die Karte äh äh ähm ja will ich sagen ok Pebbles bleib nimm nimm doch einfach nicht die Brücke oh my god ok so wir springen einfach direkt rüber wer war er? wir haben den schon mal gesehen? ich weiß ich weiß nicht ob wir den schon mal gesehen haben aber wer ist das schon ein Steinhaufen? ein Steinhaufen ok wer war er? wer bist du? oh oh stellt euch vor ey wir wenn wir immer verkacken müssen wir das jedes Mal wiederholen bis wir nicht verkacken ey das wärs ja gewesen ey alter no way ey überall diese Kackbüsche man nein ok ich raste aus gleich sag mal hier ach Pebbles jetzt ist aber los was ist denn nur los hier? ok es stresst mich schon ein wenig dass hier überall nur Büsche sind ich komme jetzt hier durch ok ok wo laufe ich denn auch lang ey alter ich 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 ja wenn man den Weg einfach querfeld einnimmt ne äh alter ich schaff's aber auch echt immer jeden verdammten fucking Bus äh Bus Bus mitzunehmen was ist denn das hier? so jetzt bleib auf dem Weg den kann ich das jetzt so lassen hier? ja reiht wieder Wind oh Gott ich nehme jetzt den Weg Leute ich nehme jetzt den Weg Leute so hier ist ein gescheiter Weg hier unten nein wir müssen in die Richtung ja ok so so ich bin jetzt mal gespannt ob wir wie lang wir auch jetzt wiederum da warten müssen bis der da wieder äh einkehrt ah warte Pebbles ach nimm die Brücke bitte anständig wo ist der Weg ich seh den nicht ok gibt's hier überhaupt einen Weg gar nicht so ok verdammt wo können wir denn überhaupt hier hoch ja wir sind mal wieder ein Waldmensch und laufen hier steile Dinger hier hoch serpentinen mäßig ach ach Gottchen ey diese Büsche ich kotze ab Pebbles spring so ja ja ok wie weit ist es denn noch ne wir sind ja gleich da ok ja 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 interessanter Ort habe ich entdeckt ja gut egal jetzt hier keine Zeit hier also wir können ja eigentlich schon im im Springreiten mitmachen ne hier der Weg führt uns direkt dorthin so Pebbles jetzt muss ich mal ein bisschen erholen hier mein Gott aber es war so klar dass ich das verkacken werde mit dem Pferd ich es war so typisch es man bleibt ist egal ob man mit Pferd oder mit Autos im Autorenn spielt ja es ist egal man bleibt immer an diesem einen etwas hängen weißt du Kilometerweite freie Sicht aber du bleibst trotzdem immer an diesem einem etwas was dir den Weg versperrt hängen immer das ist Murphys Gesetz und es schlägt immer zu so so mein Gott oh Gott ist schon ein wenig anstrengend gerade so so ich hoffe dass wir den jetzt hier gleich direkt ins Gesicht springen können wo ist das Gasthaus hier so nein so hä hä okay hier müssen wir warten oder was wie ist die Quest gut dann warten wir hier mal ein paar Stunden das wird er sicher sicherlich hier dann zeigen lassen oh Energie 69 wir müssen Tatsache demnächst mal wieder schlafen uns legen echt so viele Stunden und er lässt sich nicht blicken kann ich mir nicht vorstellen aber nun gut kann ich mir nicht vorstellen aber nun gut ich habe die kranken mit dem Heilmittel versorgt genau ich habe die kranken mit dem Heilmittel versorgt und Bruder Nico Dormis kümmert sich jetzt um sie wir müssen abwarten und sehen was passiert warte ab bis die Lage sich geklärt hat was heißt denn das warte bis die Lage sich geklärt hat welche Lage ich warte eh ich muss eh warten also also ich warte jetzt hier nochmal zwei Stunden oder so vielleicht kommt er jetzt erst abends wer weiß ich habe den Leuten das Heilmittel doch gegeben ja ja es gibt es gar nicht wie lange muss ich denn hier jetzt noch warten ey oder oder habe ich jetzt aus Versehen mich auf seinen Platz gesetzt und dann kann ich spawnen ist gut ist gut Friskensammer 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 kann ich mit dir quatschen ne also nichts wichtiges zumindest ne 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 cool ne 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 gut ich warte weiter ne 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 Ich bin echt am überlegen, was ich jetzt hier gerade falsch höre. Es ist keiner mehr da! Hä? Okay, wisst ihr was? Ich, äh... Ich lege mich jetzt hier irgendwo hin. Ich lege mich schlafen. Und am nächsten Tag... Okay, hier lege ich mich nicht schlafen. Obwohl, hier kann ich mich schlafen legen. Ich gestell mich mal einfach mal zu dem. Okay, ich, äh, schlaf mal nur bis hier. Oder vielleicht darf er mich nicht sehen. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Hm. Naja, zumindest regenerieren wir jetzt mal noch ein bisschen Energie. Okay. Jetzt gucke ich mal, ob der Spinner irgendwie da aufgetaucht ist. Nee. Was soll ich denn? Wie lag? Soll ich denn noch warten hier? Ich schlafe weiter, ne? Unglaublich, unglaublich. Hätten wir den nicht entkommen lassen, ey. Hätten wir den doch nicht so schlecht wäre. So, der ist schon aufgestanden. Aha. Da ist er. Der Ritter. Und wir werden ihn in der nächsten Folge drankriegen jetzt. Prostet. Bis zum nächsten Mal erst mal. Haha. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.